Kennst du schon die OMA? Die Open Music Academy ist die Plattform zum Lernen und Unterrichten von Musik. Lerne mit speziell für Musik entwickelten Features, egal auf welchem Level. Unterrichten kann man entweder öffentlich oder in privaten Räumen, in denen man in einem geschützten Umfeld zusammenarbeiten kann. Mach mit bei der Open Music Academy und werde Teil der OER Community.